Moin, Two-Heads, Markus. Hi. Hi. Los geht's. Ja, wir spielen West Ham. Ich hoffe, die Aufstellung passt so. Man, du hättest halt den Instant Jump Cut mitten ins Spiel machen müssen. Moin, los geht's. Jump Cut. Nein, wir sind hier voll entspannt. Mhm. Na gut. Gleich nicht mehr. Haha, das stimmt wohl. Vor allem, wenn wir jetzt gegen Real Madrid spielen müssen. Ja. Ach, wir haben sogar noch vier Sterne. Von daher ist es ja... Wie kann der noch nicht achten? Wow, hallo? Alter, das Spiel... Nee, nicht ganz so viel. Das müssten... Alter, das Spiel ist glaube ich kaputt. Nice. Also... Geldverschwendung, schön und gut, aber das Geld ist ja wirklich tot. In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgetreten, okay. RIP FIFA. Ah, du bist also schuld. Ja, würde ich jetzt auch sagen. So, und jetzt geht FIFA, bitte. Vielleicht sollten wir es mal mit einem anderen Team probieren. Das liegt nicht daran, die Server sind halt einfach tot. Na ja, komm erstmal in die Lobby, vielleicht geht's ja jetzt mit Spanien. Bin ich schon, man. Ja, Chile! Please, FIFA. Sei keine Bitch. Birch! Please, please, please. FIFA, please. Ja, mit einem Fünf-Sterne-Team brauchen wir bestimmt so lange, um ein Team zu finden. Ja, aber meiner Meinung nach zeigt er schon, dass die Server all ripped sind. Jetzt disconnect wahrscheinlich. Ah, jetzt. Hi. Murata. Markus? Ja? Geht da nicht. Was ist los? Wir haben ja nicht antwortet. Ich frage, habe ich mal ein Mikro ausgesteckt und du? Murata! Oh Gott. Ich habe nur kurz was gehört, da dachte ich, er... FIFA? Blackscreen? Ah, hi. Also es ist immer so lange dauert bei den Kack-Stadien-Shit. Was weiß ich. Gut. So. Ja, dann spielen wir eben mit Spanien, wenn es mit West Ham nicht geht. Gib Ball. Ich habe jetzt mal einen V2-D1 aufgestellt, ja, so wie es gestern gut funktionierte, damit wie Dolo. Ah, shit. Shiree. Okay, kein Foul. Kein Foul. Kein Foul, ja. Oh, oh! Was? Hat er den echt ohne Berührung drüber gewollt? Ne. Wie kann man den denn nicht reinmachen? Wer ist für den, die recht sind? Dumme halt, Dolofeo, aber wie halt... Oh, der ist so schlecht. Ja, aber wie halt auch ausholt. Der holt. Und dann, der Rückpass. Oh, Mori! Wow. Wie hier schon wieder voll der Nazi ist, voll der Rassist. Morhenkopf, Mori. Tu nur wieder. Was denn? Hier in Nürnberg am Hauptmarkt gibt es eine Morhenapotheke. OSA! Sehr schön. Hier gibt es eine Morhenapotheke und da gab es eine Klage, weil die rassistisch ist. Echt? Weil die einen Morhenkopf als Zeichen hat. Die hieß halt schon immer so. Warum sollte man die umbilden? Sowas verstehe ich nicht. Ah, sehr schönes Tor. Danke. Der Polit-Talk mittendrin. Ja. La, 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 ich geh in die mit. Oh, der Tachi. Mit dem hab ich nicht gerechnet, Team. Ich hab keine Musik geantwortet, mir gerade auch. Deswegen bin ich so kacke. Ja. Wow, er so. Ah, okay. Okay. Oh fuck, ist der schnell. Holy shit. Richtig er kriegt. Alter, ich hab's halt gesehen und auf einmal war er weg. Ja. Der Junge. Tatsächlich auch Musik an. Der Sidestep hätte auch nicht sein müssen. Nee. Kann man auch mal halten. Ich verstehe nicht, warum die immer so abtauchen. Egal, jetzt wo die Musik anher switchen ist. La, la, la. Oh, scheiße. Ah, ich stehe im Absatz. Oh. Oh. Ja. Falla. Alter Dave, man. Er muss ihn halt nur rechts unten reinschieben. Wer will. Äh. Ich möchte ihn mal... Da. Oh. Geht. No. Meine Fresse. Get nope. Er liegt. Er liegt. Oh, yes. Was ist das? Was? 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 Ich fühl mich verarscht. Was soll das sein? Jo. Jo. Wieso ist der so schnell? Lol. Oh. Oh, was war das? Oh. Oh Gott, Alter. FIFA, please. Alter, warum sind die alle so unfassbar... Ja. Steck dem doch noch alles in den Arsch. Meine Fresse, Alter. Warum sind die nun alle so unfassbar langsam bei uns schon wieder? Alter, das Synchronfall. Ja. Super. Und Ramos versteckt sich halt hinter Ronaldo. Ja, bleibt stehen, holy shit. Das ist lächerlich, ey. Der hat extra auf, damit er ihn hochschießt. Geil, Vitova. Ist der Linksfuß? Keine Ahnung. Haben wir eigentlich in dem Spiel ein Kopfball-Duell gewonnen? Ja, eins als Peking-Gegner weggeschübstert. Keine Chance. Ah, Ramos ist bei uns halt so Arsch-Ko-Langsam wie... Krass, scheiß Peking. Oh. Please. Eieieiei. Immerhin. Schön gemacht. Eieieiei. 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 Alter, der Lufeo halt. Groß. Einer von acht Zweikämpfen gewonnen. Okay. Ramos, sechs von acht. Kavachal beim Diener, sechs von sechs. Navas, elf Paraden trotzdem nur 7,3. De Gea, 6,7 mit zwei Paraden. Ach, Mann, ey. Wir haben es nicht leicht mit EA. Nein. Falsches Team. Wow, Juve. Was? Das war West. Ich habe nur schwarz-weiß gesehen. Das war West Brom. West Brom. Magst du Brombeeren? Ma, ja. Ich sage Monaco. Oder Liverpool. Leicester. Lazio, oder? Ja. Na gut. Ich habe nur Machettis Haare gesehen. Da war es mir schon bewusst. Die haben Cater, oder? Ja. Der dürfte auch schön wieder Upgrades haben, weil er ihn nochmal getroffen hat. Michael! Michael! Oh Gott. Wie lang... Alter, wie langsam ist Michael? Äh, 88. Und wie schnell ist es bitte? Lukaku? Keine Ahnung. Anscheinend 9... Oh! Alter, der ist ja sowas von weggerannt von Michael. Und das mit Ball halt. Oh! Gegen was denn? Big Andy! Ja. Viel bescheuerter kann man da auch nicht mehr hingehen. Nee. Oh Gott, Pace. Boah! Ist der schnell! Äh, 92 oder so. Ja, ja. Ich weiß. Was? Die sind alle so schnell! Oh nein. Ich erwarte eigentlich nur darauf, dass der Schiri Elfmeter gibt. Weil irgendeiner blöd irgendwo reinläuft. Oh fuck! Alter, Basta! Wie der eine da unten halt einfach nur daneben steht. Ah! Oh Gott. Ja. Ja. 45. War klar. Lieb ja auch schon mehr ewig. Wie der Linksverteiger auch gar nichts gemacht hat. Da ist ja nicht mehr hochgesprungen. Ja, ja. War oben auch so 45. Was ist das denn? Yes! Schön gemacht. Ah, da hab ich gerade noch so den Zeitpunkt der Bestell. Das war schwierig, weil er dachte dann am Ende, ich spiel nicht mal ab. Begehren die halt mit rechts. Ja. Wir haben kein linkes Buchzeichen. Alter, wohin? Wo stehen die denn alle? Jetzt ist halt irgendwie auch keiner hinten. Ja, ja. Der Figurli stand ja gerade perfekt und auf einmal ist er dann einfach nach vorne. Oh, der war so wichtig, Alter. Fuck mal live. Ja. Oh! LOL! LOL! Was war gut? Alter, dieses Spiel, fuck mal. Alter, dieses Spiel, Alter. Ich wollte dich erst richtig hart anmaulen. Und dachte, naja, Hauptsache er weckte es dann. Alter, von da! Schick ihn ein, irgendwo. Bei EA. Hey! Dann gibt's die Wiederholung, jetzt dabei ist er halt noch ewig in der Luft. Oh! 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 Das haben wir durch gewesen. So. Ich hab gepanickt. Oh! Masu fucking Aku, Alter. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, ich auch. Oh! Oh, unsere Statistik in dieser Saison. 4-2-0. Da Arthur Masuaku Alter, halt von da, was sind denn das? 70, 80 Meter? Ja, schon Lol, mein, mein Replay Es bleibt einfach bei der Mittellinie Alter, Marketti Fuck, my life Ja, die haben den wahrscheinlich dann rausgeholt, ne Und dann kurz anders überlegt Und dann hat der einfach Spackungen gehabt Ich glaube nicht, dass die den rausgeholt haben Ja, ich dachte eigentlich im ersten Moment auch, dass sie den nicht rausgeholt haben, aber Ja gut, eigentlich Alter, so ziehstrebig, wie er kommt, wahrscheinlich schon, oder? Aber nee, die schicken Der kommt halt schon rausgerannt, sobald du losschießt Dann ist das normalerweise vom Spiel So schnell reagierst du ja nicht Alter, vor allem, wie er da vor allem auftaucht Und schauen, wo Marketti halt hinspringt mit den Händen Ja Alter Alter Was ein Tor Heimo, Schmeider, was sagst du dazu? Was war kein Man of the Match? Basta hat keinen einzigen Zweikampf in der zweiten Halbfde gewonnen? Okay Hattest du eigentlich eben die Statistik schon durchgeguckt Von den Mit Real Madrid? Mach ich jetzt Ich guck auch mal Wie lange sind wir lädt, Alter? Was lädt denn denn alles runter? Okay, die mit Real Madrid Hatten 481 zu 230 Die gerade hatten 35 zu 13 Okay Waren ihren Sind aber schon einmal abgestiegen Bei 35 zu 13 Okay Alter Aber die wechseln auch immer durch Die wechseln jedes Spiel durch Die sind mir sympathisch, die Jungs Na gut Dave Äh, ja Ostos Richtig Gut, dann also bis zur nächsten Folge, ne? Adio Tschö Huuuuh!